7. September 2018 19.44 Uhr Thomas Satoranski führt Tschechien ins Supercup-Finale Die tschechische Nationalmannschaft ist möglicher Final-Gegner der deutschen Basketballer beim Supercup in Hamburg. Das Team um die NBA-erfahrenen Profis Thomas Satoranski, Washington Wizards und Jan Veseli, Fenerbahce Istanbul, setzte sich im ersten Halbfinale des Vier-Länder-Turniers mit 87 zu 80, 48 zu 40 gegen Italien durch. Topscorer war Veseli mit 19 Punkten. Deutschland bestreitet am Abend, 20 Uhr, das zweite Halbfinale gegen die Türkei. Am Samstag folgt dann für Dennis Schröder & Co. das Spiel um Platz 3, 17.30 Uhr oder die Chance auf den ersten Supercup-Triumph seit 2015, 20 Uhr.